Die drei Damen tragen alle die Wipptaler Sommersonntagstracht bzw. die festliche Sommertracht. Das Ziel ist, dass sich die Marketenderinnen und alle drei Teile Tirols kennenlernen, dass sie sich wiedersehen, dass sie nette Gespräche führen und dass wir uns als eine Einheit fühlen, alle Marketenderinnen. Warum ein Tiroler Marketenderinnen-Treffen? Verstand man einst die Marketenderinnen mit Schnapspanzelle und Blumenhorn als reinen Blickfang der Kompanie? So ist die Marketenderin von heute in der Kompanie voll integriert und nicht mehr wegzudenken. Auch wenn sie zahlenmäßig den Schützenkameraden zwar weitaus unterlegen sind, findet man sie heute in beinahe jedem Vorstand. Ob in den Kompanien, Bezirken, Bataillonen oder Vierteln sowie in den jeweiligen Bundesleitungen. Blumenrecht Untertitelung des ZDF, 2020